Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4.3 Co-Op Singleplayer mit dem Flo und mit dem Sibi. Ja, Flo ist wieder der Point Man, ich bin wieder der Ferdel und dann würden wir sagen, nach diesem Spektakel, wo wir uns gestern so schön fasziniert hat, schauen wir doch einfach mal, was uns jetzt noch erwartet, denn ich denke mal nicht, dass es allzu lang mehr geht, so verrät das Spiel. Wow. Alter. Geht sich einfach ab, oder was? So, machen wir wieder ein bisschen Shotgun-Power. Weil dann haben wir nämlich auch vier... Muss nachladen. Dann haben wir nämlich auch vier mal komplett durch. Also komplett die Storyline abgeschließt. Warten halt geht. Dann nur noch auf den vierten Teil. Wenn überhaupt einer kommt. Zeitlupe! Oh, ein bisschen... Bisschen Baller-Action. Ja, aber... Ich guck mal hier oben, was hier oben ist. Da kann man auch noch, leider. Oh, Schilder! Warte, geht doch nicht so weit. Oh, Junge, ich will gucken wie ein Seelenband und so. Ja, kannst du ja machen. So, besser. Wenn wir das verforzen. Das wissen würde. Guter, den COD-Trick. Ah, die Schatze haut schon rein. So, dann... Äh, nein, 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 Moment, Moment. Ich will kein Schild, obwohl wollen wir das können wir gut kombinieren, ne? Bleib so. Lass so. So, warst du hier linksbar? Ja, war ich schon. Da ist nix. Achso, hier, hier noch nicht. Hier ist nix, hier ist nix. Sonst hast du überall geklutscht. Ja, sonst hab ich überall geklutscht. Okay. Schau, die hast du nicht mehr für mich, oder was? Hier ist ne UMP noch. Achso, hab ich ja selber. Ich hab die selber jetzt. Die UMP. So. Warte, hier ist man nicht so. Ich muss nämlich... ...Körper verlassen. So, gut. Dann... ...gängen wir weiter. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Ja, heute war wieder Livestream, Leute. MW2 am Start mit mir. Hier ist sogar n Schild wieder. Falls, wie gesagt... Alter! Kill the, kill the, kill the... Ich bin down. Wieder bis down. Warte, 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 warte. Oh, ich bin auch gleich down, Alter. Warte, ich mach mal ne Granate. Ja. Was ist das? Weiter, was ist das denn? Da, ich nimm das Scheißschild. Mach mal die Geschütze down. Nimm doch das Scheißschuldschild da. Ich kann ja nix nehmen. Das ist ja das. Ich kann mit den Waffen all nix anfangen. Ich hab nur meine Hände. Nur wenn du im Körper bist, oder was? Ja, nur wenn ich im Körper bin, kann ich was machen. Alles klar. Ach so. Bescheid. Geht nichts auf, will nicht auf. Da geht's auch nicht. Wie gesagt, Silber, nimm ich noch. Können wir denn? Nee, können wir nicht. Alter, Junge. Warte doch. Was machst du? Alter. Kann ich da nix machen? Du hampelst da vor dir rum. Alles auf Aufnahme. Alter, ich kann keine Taschenabahn machen. Nix, Junge. Das ist da radisch. Gar nix machen. Jetzt geht's wieder. Also, ich glaube, dass wir fast am Ende sind, weil wir kommen einmal immer in Nähe, oder? Was ist da? Seele. Was? Seele. Weiß halt nicht, wie... Also, wir sind jetzt beim fünften... Dings... Kapitel. Und da hörst du auch die ganze Zeit dieses Piepsen. Nee. Gerade nicht. Mein Sound ist gerade irgendwie ein bisschen verpackt, glaube ich. Also, ich höre es irgendwie ein bisschen hallig. Ja, ich auch. Da ist einer. Leute, ich höre überhaupt keinen Sound fast. Aber ich höre die ganze Zeit so... Ich höre so die ganze Zeit so ein Piepsen, so ein kleines so... Die... Junge, wie ekelhaft hört sich das. Alter. Was denn jetzt? Erstmal teleportiert, Junge. Alter, der Turm, der Turm, der Turm. Der macht eingebrecht. Jetzt ist die Frage, können wir auch hier lang? Okay, wir können auch hier lang. Ich gehe mal hier lang und du gehst mal da lang. Gib mir jetzt auch mal so ein... Alter, was ist mit dem Sound los? Hat mir Spaß. Der Kack gerade Tischler, oder? So. Ist, glaube ich, gewollt. Kannst du erzählen, was du willst, aber das ist alles so... Nicht so, so, so stark, weißt du, so alles so ekelhaft. Gedämpft, irgendwie so, ja. Das soll so sein, 100%. Ist, glaube ich, weniger. Doch, ich glaube schon. Weil bei mir ist es ja auch so. Das kann nicht sein, dass es auf einmal so abkackt. Das muss einfach so sein. Aua. Oh! Alter. Lol. Wieso? Mission gescheitert, warum? Weil ich in dieses Loch gefallen bin auf einmal. Weil alles einstürzt. Ja, nice, Junge. Guck, da in so einem schwules Loch bin ich jetzt gerade gefallen. Aus Versehen. Guck, wir haben jetzt neu gestaltet, aber das Level. Also, es muss einfach so sein. Fängt aus mit Absicht, was er ist. Deine Verantwortung. Das ist meine Verantwortung. Dieses scheiß Loch bin ich da jetzt gekommen. Ich kann auch mal ein bisschen killen, Junge. Wie geil ist das denn? Hier. Was ist da? Ich habe ihn hier hochgehoben. Achso. Da habe ich nichts gesehen. Also, ich finde die Kombination richtig nice, ne? Ja. Wenn ich ehrlich bin. Einfach irgendwie geil gemacht, finde ich. Ach, die Gegner sind dann so easy, wenn du das machst. Warum gehst du raus? Ich weiß nicht, dass ich gucken will. Hier ist Munition. Oh, ich glaube, da geht es auch gar nicht lang. Alter, geh doch nicht weiter. Ja, ich bleibe hier. Bis jetzt wackelt es nur. Wackel, nagel. Was ist das? Was ist denn jetzt? Alma. Diesen wäre ja nicht gut, oder? Eigene Mutter. Hm, nicht mehr, ne? Diesen wäre ein Band. Mich, oh nie. Zack. Tja. Die Füße, äh, die Beine. Verlässt erstmal deine Beine. Ja. Aufstehen. Wenn nur 10% mehr Gesundheit. Oha. Hier geht es auch noch. Welcher Pisser ist denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, du. Was gibt es jetzt? Die will ja nur durchrochen. Kann ich den nächsten Schild... Ja, guck mal hier. Schildmixer. Hey. Ich kann ihn nicht nehmen. Jetzt. So, geh weg. Na, wie gefällt dir das mit deinen eigenen Waffen zu geschlagen? Werden? Ah, ich habe das... Ach, ich habe das Schild und die UMP. Ah. Ah, ja. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Muni, Muni. Also irgendwas kommt hier, glaube ich, gleich, weil, äh, so viel Munition und so, ne? Geht's weiter? Hier, glaube ich. Hier, 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 geht's weiter. Irgendwas muss gleich passieren, Junge, dass, äh, hier so viel Munition und so kommt. Alter. Warte, hier ist noch ein bisschen Muni. Ne, ich shoppe voll. OZ ist voll, Dings ist voll. Nice. Ah, ich bin down. Fies auf ihn, der Pisa. Helfe nicht. Mach ich. Dankeschön. Bitteschön. Hier ist der Le Baguette. Aua. Aber ich vermisse da noch paar Zähne. Zähne, so, die man sieht. Wie meinst du? Ich weiß nicht, man sieht doch noch paar Zähne, so. Alter, Junge. Wo unser Prototype doch in der, Dings steht. In der, in dem Raum, wo dann Alma und so ist. Warte, ich will nur kurz gucken. Ah, hier geht's weiter. Scheiße. Warum? Ja, hast du da ganz hinten geguckt, ne? Ne. Dreier. Was ist das denn? Das ist die Chin-Zong-Sun. Nein, der, der blaue Typ. Oh, da ist er. Will wir den auf die, auf die Fresse geben, Junge. Oh, Akimbo-Style kommt jetzt. Pass auf. Ist er down? Er ist weg. Nein, nein, nein. Jetzt ist es. Hier kommt er. Hier kommt er. Guck mal, hier gibt's so Dings, wo du so aufmachen kannst. Hier guck, hier ist auch wieder was. Ah. Hier. Ja. Alter, was hab ich denn für ein geiles Teil, ja mal. Jus. Hinter uns, hinter uns ist noch einer. Ja, mit deinen eigenen Waffen, voll geil, ne? Da ist hier wieder. Ja, Moment. Hinter die, hinter die. Moment, Moment. Au, der macht mir gut damage. Du bist ja. Du musst nachladen. Oh. Oh, wo sei jetzt? Kommt gleich wieder, 100%. Hier ist noch was. Hier. Ich muss, ich muss, ich muss, nee, ich muss ein paar Gegner killen. Alter, er ist bei mir, er ist bei mir. Kommt weiter. Habe ich Nagelbänder oder was ist das? Wahrscheinlich, ja. Alter, hast du mich echt recht, Junge? Ich seh den ja immer, weiß ich. Warte, hier. Warte, ich muss mal ein paar Dings aufmachen, ne? Ich bin jetzt Akimbo-Style. Rass ihn. Ja, ja. Ein bisschen nah kommt, ja, Mann. Der geht doch gleich kaputt. Ja, jetzt, der rastet gleich, glaube ich. Sehr schön, Junge. Da ist er noch. Da kommt er wieder. Wenn wir weitergehen, ich glaube, wir sollen weitergehen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Alter, ich bin gleich da. Nee, die sind Granaten. Nee, ich glaube, wir müssen den Down machen, IG. Hm. Jetzt sind da mal zwei. Ja. Was willst du von mir, Junge? Nein! Der steht hinter mir. Alter, ich bin gleich. Down, ich bin down. Dein Ernst? Ja. Geht der? Komm her. Warte, hast du was wir da machen? Jetzt, 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 jetzt. Ah, scheiße, jetzt mache ich eine Granate. Egal. Komm ran. Ist hier, glaube ich, nicht? Ich glaube, du musst so eine... Welche Granaten hast du denn? Nur normalen? Nein, ich glaube nicht, Alter. Moment, warte. Alter. 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 Ich bin schon wieder down, Alter. Hunger, wie viel Schaden macht der denn? Wo ist er? Geht hier. Boah, es ist ein Nageldinger im Rücken. Oh, Alter. Ja, genau, trete mich halt. Ist okay. Der Down. Ich glaube... Lade. Hey, im Container. Hier drüben. Lass mich raus. Oh. Hier. Ah. Ich kann leider nicht ihren Körper einnehmen. Das ist halt der Vorteil, wenn man schon tot ist, wa? Warte, warte. Ich bin schon da. Ja. Ich glaube, Vettel ist gar nicht so ein Schlechter. Sonst hätte er dich nicht gerettet. Das ist natürlich die Frage, ist es jetzt besser, wenn Vettel oder ob du? Natürlich du. Wir werden ja viele Einzelplayer gespielt haben. Deswegen siehst du wahrscheinlich Dings Pointments Sicht. Und nicht Vettels Sicht. Deswegen, weißt du? Ja, wie sollst du dann aber auch Vettel dann Dings machen? Ja, deswegen, ja. Ja gut, es kommt drauf an, wie du die kennst, glaube ich, und so. Keine Ahnung. Ich glaube, die Spielszenen habe ich gemein. Die Zeit hat sich sicher, dass wir immer wieder einer Geist, die in der Verkaufung, 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 naja jetzt kommt die netz als das risiko immer offensichtlicher wird wächst das misstrauen der brüder abschließend einmal kommen wo dings alle zerblatteln was ja genau wir sind ohne privatsphäre zusammengefercht und wollen uns nur gegenseitig an die gurgel wir hatten im käfig unsere mutter ruft uns zu sich um zeuge dieses moments und ein teil der macht zu werden und du willst sie aufhalten hier gibt es nicht nur eine möglichkeit wir müssen darüber nachdenken als familie es ist soweit bruder wir müssen jetzt zusammenhalten wenn du dich mir in den weg stellen willst gut das ist eine üble geschichte den bruder zu töten aber das ist ja nichts neues verdienen kannst du es wieder tun das wird keine platzen gefahren das ist ein bisschen scheiße finde dass wir nichts sagen dass das point man nichts sagt das ist aber nicht so das ist aber nicht so das ist aber nicht so kannst du es wieder tun ja wir sind hier nicht alleine warte hier ist seele lecker schmecke jetzt 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 granaten schon mal ja so ist das ja wo ist das hier und da braucht jemand hilfe ich komme jetzt geht es langsam um die ungeheuer saß also also wie gesagt wenn das gruselig sein soll leute dann verstehe ich das aber unter was anderem also auch wenn ich jetzt im single player werde das ist irgendwie alles so lachhaft wenn ich ehrlich gesagt oder mhm aber jetzt hat da ist seele die wege sind irgendwie viel zu offensichtlich finde ich ja ach so weißt du du hättest dich bestimmt schon wieder dumm und dämlich besucht ähm warte lass uns mal hier gucken naja wir müssen hier lang sicher naja das war's mit dem hast du die slowmo gemacht jetzt alles ja ja ich hab dich's gemacht lal lalipop 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 guck mal hier lang hier ist nix naja ich guck mal hier lang ok ich bin jetzt oben da geht's weiter los bewegung heere mich ich bin der warte rau warte vor auf den stolz Eintreif-Truppe los Bewegung hee mh hm mh hm keine moni mehr alter alma das wird ja immer schlimmer das muss schmerzen was willst du von mir was möchte man jetzt nicht kann ich rüber brauchst du munitions 35 zweiter oder was ich habe zeigt die zeit ich bin zu erstaunen 1 aufnahme 24 erst jetzt haben wir 25 hier ist schatten die bin ich aber nicht ja hier ist eine ump volle ump ist da ja ich habe ich eine volle besorgt ja mal richtig lässig wenn du die treppe die zum oberen bereich was ist das denn ich weiß nichts kollege was kannst du mir nichts anhaben ich bin einfach zu mächtig hier ist noch moni zähle granatschall jungen da hab ich dein Arschloch gerettet da hab ich dein Arschloch gerettet Munition aus weißt du das ist wieder sowas wo du Munition verschwendest da hab ich dich dumm was da oben da sind wir die unsichtbar Spastis eigentlich noch gruseliger als das was ist alles so was gibt's denn hier aha 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 nothing nothing found was ist das denn hier da können wir hoch aber wir müssen hier durch oder kommst du da hoch? ne ne hier ist Munition ich bin mir sicher dass es 10 Kapitel nur gibt ich glaub weniger oder? weiß ich nicht ich hab's nie gespielt hier Seele auch klar so wo geht's weiter hier zurück im anderen Waggon oder? ne da kann wir ja her hm auch andere Waggon? das muss hier sein hier ist auf jeden Fall glaub ich richtig ach so ach so hier wieder Zeit lassen das hab ich mir irgendwie jetzt grad gedacht ich hab's gesehen dass wir da hoch müssen dann warte aber mal kurz bevor wir weiter gehen sehr schön dann danken wir euch erstmal recht herzlich ich lass mich so durch los los dann danken wir euch recht herzlich fürs zuschauen und nächste Folge wird wieder der Flo sein halt mal deinen Haul und äh ja dann sehen wir uns vielen Dank haut da rein reingehauen tschö